3.0 am Meidie würde ich sagen, herzlich willkommen KuchenTV Uncut Zuschauer. Kann man solche Kritiker überhaupt feiern? Was auch immer das für ein komischer Titel sein soll, aber okay, wir nehmen das auf jeden Fall. So, und ich würde sagen, wir starten auch direkt. Das ist ja dieses Tierlisten-Ding, da habe ich ja schon auf die anderen Sachen reacted. Ich war glaube ich A oder so, ne? Mal gucken. Moin, heute soll es in die letzte Runde der Manusbauer Tierliste gehen. Moin. Ich dachte mir, wir können das noch... Okay, so sieht die gerade aus. Also, dass ich halt auf einer Stufe mit Waspel bin, ist schon sehr, sehr traurig. Also, wir haben ja ein Video geguckt. Naja, habe ich jetzt nicht so gefeiert, muss ich sagen. Das ist ein bisschen knackig vervollständigen, von daher wollen wir auch relativ schnell anfangen. Kleine Info so, ich glaube, ich werde irgendwann zum Ende des Jahres oder so nochmal so ein Update machen, wie ich die Leute irgendwie finde, wie sie sich entwickelt haben, aussortiert. Das ist so ein kleines Roundup im Endeffekt. Aber ich würde sagen, wir fangen heute direkt an mit Imp. Danach wollen wir eingehen auf Reptag und danach auf Simplicissimus und danach auf Gatsch. Wie kann ich früh aufstehen? Ich verpasse deine Autostreams immer. Ja, Digga, vorhin der Stream auch mega krass. Ich hatte so Lack am Mati-V habe ich einfach gehostet, weil der genau in dem Moment, wo ich online gekommen bin, offline gegangen ist. Irgendwie hat er 24-Stunden-Live-Stream gemacht und ich hatte 1600 Zuschauer die ganze Zeit und dann hat Noah gestresst und ich musste aufhören, Digga. Das hat mich richtig angekotzt, Alter. Junge, der Stream lief mega krass. Ich habe einfach fast 400 Follower in der Zeit gemacht, was mega gut ist halt und es ist jede Minute eins mehr geworden, Digga. Morgens 1600 Zuschauer zu haben, ist das Beste, weil keiner online ist, ey. Und dann dachte Noah so, nee, Digga. Er hat einfach keine Lust auf ein cooles Bobbycar, das ist seine Schuld. Der kann weiter mit irgendwas anderem fahren. Er hat tatsächlich nur vier raussucht und wollte zu allen so ein bisschen mehr vielleicht sagen. Mal gucken, wie das so ist. Wenn eine Person ausfällt, dann kann man das halt auf die anderen transferieren. Wie auch immer. Anfangen wollen wir mit ihm. Kommt morgen nochmal so ein 8 Uhr-Stream. Also ich mache diese Streams immer, wenn ich halt früh aufstehe, wenn ich Noah habe und natürlich auch, wenn ich Zeit habe, dann morgen wahrscheinlich eher nicht, weil morgen früh kommt Timo rum. Wir müssen Pakete fertig machen von unseren Merch, den wir verkaufen. Und genau, deswegen wird es morgen wahrscheinlich keinen geben, aber vielleicht Dienstag wieder oder so, ne. Mal gucken. Hab mit Gina da noch nicht drüber geredet, wann wer wie aufsteht oder so. Wobei ich auch gerne eigentlich morgen früh ausstehen würde, aber nicht Noah habe. Mal gucken, Alter. Er sagt, hey, mach doch mal ein Placement zu meinem Kanal, ne, ich würde dir auch Geld geben, von da ist er auf jeden Fall jetzt hier. Hallo, Malti, kannst du... Oh, der ist natürlich jetzt immer bitter, ne, wenn ich jetzt diesen Greenscreen nicht mehr habe. Hallo, Malti, kannst du bitte Placement für meinen Kanal machen? Ich gebe dir 100 Bits dafür. Bitte mach mal, Bruder. Bin zwar Schmutz, aber Geld stimmt doch, oder? Ja, das ist dabei. Ich würde es machen. Ich würde es machen, also. Es geht hier mehr, tatsächlich nur um das Geld von ihm. Ansonsten hätte ich ihn niemals reingenommen, ne, verstehen wir uns von uns selber. Das ist halt irgendein Typ aus dem Internet. Aber Spaß beiseite. Er hat dich einen Kommentar geschrieben. Spaß, loi. Spaß gemeint. Mittlerweile sieht er tatsächlich nicht mehr so assi aus. Das war tatsächlich immer so ein Punkt, wo ich mir dachte, okay, der sieht aus wie so ein Kernassi. Und was macht der eigentlich? Aber das ist nur so das Optische auf den ersten Blick. Denn ansonsten so von den Videos her finde ich es mittlerweile sehr, sehr angenehm. Und also ich habe damals immer so ein bisschen gesagt, okay, ich finde diese Lustige. Ja, gut, also ich sage mal, es sieht halt immer noch so ein bisschen aus wie so ein Obdachloser, ne? Also ich glaube, da kann man nicht viel zu sagen. Aber ich fühle das tatsächlich auch, was Malti sagt. Also ich finde auch, dass seine Videos sich ja wirklich deutlich verbessert haben. Also ich sage mal, früher die Videos, die er gemacht hat, auch zu Zeiten, wo er halt mich gefrontert hat und so, da waren die Lösch-Dich-Folgen zwar meistens ganz gut, aber ich fand halt damals schon, dass die meistens viel zu lang gewesen sind. Ne, die haben ja auch, glaube ich, ein Lösch-Dich über Jäger und Sammler gemacht. Das ging dann irgendwie eine Stunde, war auch eigentlich ganz geil. Aber hätte man auch locker ein bisschen kürzer zusammenfassen können. Und generell habe ich sehr viele Videos damals gehabt, die ich wirklich gar nicht gefeiert habe. Und jetzt so auch gerade in den letzten so, ja, sagen wir mal so fünf, sechs Monaten, was er da zeigt, finde ich die Videos eigentlich fast alle tatsächlich halt mega gut, ne? Also das zum Beispiel über die Tampon-Mehrwertsteuer da, die es gab, fand ich zum Beispiel auch sehr, sehr cool. Weil voll viele beschweren sich halt darüber, dass bei Tampons, dass die, glaube ich, 19% Mehrwertsteuer hatten, anstatt den gesenkten Betrag aller Dings gibt es das halt bei vielen Artikeln, lustigerweise. Das war eigentlich ganz nice. Ja, ansonsten auch viele andere Videos waren da halt wirklich sehr, sehr gut. Wir reagieren ja auch sehr oft halt darauf, ne? Also, ja, feiere ich auf jeden Fall. Ich finde den tatsächlich halt deutlich besser als vorher. Also ich kann mir den jetzt tatsächlich auch geben. Wir reagieren ja auch quasi immer da drauf, ne? Ja, das ist eine fantastische Art, so ein bisschen von Imp eigentlich relativ angenehm. Und auch das so irgendwie als größten Punkt betitelt oder als größten Pluspunkt für mich betitelt, warum ich in Imp irgendwie gerne mal geschaut habe. Mittlerweile finde ich aber seine Macht von den Videos sehr, sehr, sehr angenehm, so wie sie gerade sind. Also sind sie in den meisten Fällen vor der Kamera. Ach wirklich, Digga, Monta hat auf mein Video zur Druckenbeauftragten reagiert? Echt, das habe ich gar nicht mitbekommen, Alter. Ich meine, das war ja auch nur irgendwie Platz 1 der Trends oder so. Und ich habe 2000 Abos an dem Tag gemacht, aber es ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Danke, dass du mir eine Woche später nochmal Bescheid sagst. Bildschirm, kein Spiegel verkehrt, halt sein Skript, wo ab und zu man mal drauf schaut, das sieht man auch in seinen Videos, aber es ist ja trotzdem, es klingt sehr, sehr frei vorgetragen und das Ganze hat einen sehr, sehr angenehmen Flair. Also sowohl sein Audio als auch sein Video sind einfach passend zu dem, was er eben macht. Er spricht halt über Themen, wie zum Beispiel bei Simplicissimus und dann blendet er eben Einspiele ein, auch wenn die manchmal, wie zum Beispiel auch bei dem Ding über YouTube, echt schlecht gecroppt sind, so wo man sagen kann, okay, das ist halt alles unnötig, die ganze Fläche hier. Aber ansonsten sind es halt Videos, die man sich gut geben kann, die halt einfach so für nebenbei laufbar sind oder auch natürlich irgendwie als Hauptkonsument oder als Hauptquelle irgendwie gut einfach anschaubar sind. Es sind einfach angenehme Videos, die sind so relativ früh, ich stehe auch, irgendwie aktuell gerne mag und man kann da wirklich nicht viel bei aussetzen. Für mich alles in allem einfach im Kanal. Ja, also gut, das mit dem Croppen finde ich ehrlich gesagt gar nicht so schlimm. Also es hat irgendwie was Eigenes, dieses grüne Hintergrund-Ding, dass man weiß, okay, jetzt ist halt ein Einspieler und dann halt kleiner reingecroppt einfach das Video. Also das finde ich auf jeden Fall schon in Ordnung so, ne. Aber klar, kann ich schon verstehen, wenn man sagt, ja, findet man nicht so cool. Stimmt, bei Mighty war das ja auch übrigens so, dass der halt einfach jeden zweiten Minus-Blogger ins A-Tier getan hat. Ja, super, Digga. Wenn man sich geben kann, so, ne. Er macht halt sowieso nicht so viele Videos, von daher man hat nicht so den Side-Investment. Also er hat bisher nicht einen einzigen negativen Punkt gesagt, außer, ähm, dass es falsch gecroppt ist. Müsste ja eigentlich S sein. Wie die Stars sind, sind sie gut, sie sind lang, sie sind ausführlich, nur es wird irgendwie alles besprochen, was man irgendwie besprochen können müsste. Von daher auf jeden Fall für mich eine gute A-Wertung. Und jetzt überweist mir das Geld bitte nur, dass wir uns dafür stehen, ne. Sie sag ich doch A-Tier, Alter, easy. Ja, wegen dem Greenscreen, also wir gucken mal, ich weiß nicht, ich werde das vielleicht auch nicht so beibehalten, vielleicht tausche ich auch immer mal wieder, wie ich halt Bock hab. Also das ist jetzt ja nicht, dass man, ähm, dass ich das für immer hab, aber ich wollte das jetzt einfach einmal ausprobieren. Weißt du, weil es ist ja generell auch besser, wenn man steht, weil dann zirkuliert das Blut besser in deinem Körper. Man hat hier so ein bisschen, äh, Bewegungsfreiheit. Weißt du, wenn ich mich aufrege, kann ich wirklich mal so einen Schritt nach hinten machen. Weißt du, wenn ich sitze, dann geht das ja nicht. Deswegen will ich das einfach mal testen. Also, ne, nur weil ich das jetzt halt einmal mache, heißt das nicht, dass das für immer so ist. Wir können auch gerne am Ende vor dem Stream nochmal so eine Abstimmung machen, was ihr denn jetzt besser findet, so. Ähm, ja, von daher schauen wir einfach mal, ne. Und ja, wenn nicht, nehmen wir halt einfach wieder den Greenscreen so, ne. Also mich juckt das halt jetzt nicht unbedingt. Aber ich hab heute tatsächlich auch die ganze Zeit im Stehen auch meine Videos geschnitten. Also ich hab den heute schon den ganzen Tag oben. Ich find das wirklich super angenehm. Also am Anfang hat mein Rücken weh getan, weil ich auch immer so komisch sitze und mich dann darüber wundere, wenn mein Rücken weh tut. Aber, äh, davon abgesehen, äh, läuft das halt einfach, ne. Tja. A Raptic-Sprechung. Und da kann man irgendwie... Das wär das Nächste, aber dafür ist der Greenscreen leider zu klein. Okay, es ist ein 3D-animierter Fuchs geworden mittlerweile aus so einem 2D-Ding. Ähm, aber ansonsten finde ich persönlich das Kanaldesign von ihm nicht so unbedingt ansprechend. Also man sieht halt zwei Farben, ne, wenn überhaupt. Manchmal im Blauton, manchmal ein bisschen was rötlich. Vor allem die Thumbnails sind auch richtig langweilig. Also davon mal ganz abgesehen. Also die springen ja gar nicht ins Auge, oder? Ich meine, die sind einheitlich, okay. Aber die haben jetzt keine Farbe, wo du dir so denkst, ja, zack, das seh ich direkt. Und ansonsten halt schwarz-weiß, was halt keine Farbe ist. Und da fehlt mir so ein bisschen einfach dieses Catchige. Also irgendwas, was mich sehr, sehr anspricht. Also man sieht an den Klicks, das relativ gut läuft auf seinem Kanal so. Ne, das ist irgendwie nicht so, ist okay, ne. Das interessiert keinen. Aber für mich persönlich ist es einfach nicht das, was mich anspricht. Also es ist mir einfach viel zu ruhig. Vor allem auch krass, ne, der hat einfach 4000 Abonnenten, oder was es gerade war. Großen Punkt bei einem Rap-Take, also er ist generell mir persönlich einfach viel zu ruhig. Ich weiß nicht, Reniko, holst du dir jetzt einen Sub eigentlich, oder willst du den Mod-Rang verlieren? Also du musst nur Bescheid sagen, ne, mir ist es egal. Seine Stimme ist sehr, sehr ruhig, er spricht sehr, sehr langsam. Ist so ein bisschen wie ich von vor acht Monaten, also halt vom Gesprächstempo nur und nur der Punkt. Ähm, ansonsten videotechnisch aber sehr, sehr schön. Also ich mag halt so ein ruhigeres Video, aber da muss halt irgendwie auch noch was dazukommen, dass man eben nicht, wie man es bei mir auch immer gesagt hat, dass man halt nicht einschläft. Das ist ein großer, großer Punkt, den ich zum Beispiel bei Rap-Take sehe, wo ich auch sagen kann, ich genieße das Video nicht so, wie man es vielleicht genießen könnte. Denn, also, ne, sowohl irgendwie kleine Animationen, die dabei sind, das passiert. Ich muss aber auch sagen, weil einer reingeschrieben hat, dass er Mighty schlecht findet. Also ich finde auch, er ist halt einfach keine Unterhaltungskanone, ne. Also das Video geht halt drei Minuten, kommt mir aber vor wie sechs oder sieben. Ich meine, der ist erst beim zweiten, äh, beim zweiten Dings, aber irgendwie, ja, weiß ich nicht, läuft einfach irgendwie nicht, ne. Dankeschön, äh, Sier-Son, Sier-Ris, Sier-Ri, Series-One. Dankeschön, Digga, Props auf jeden Fall. Schön, danke sehr für die 142 Leute. Ich hoffe, es geht euch gut, lasst auf jeden Fall ein Follow da. Ähm, ja, ich finde auch, dass Mighty Leider sehr, sehr langweilig ist in den Videos. Also ich weiß nicht, ob er sich ein Skript, äh, hat, also ob er ein Skript macht oder so. Aber das wirkt für mich so ein bisschen so wie, ja, ich rede einfach so Freestyle-mäßig ein bisschen darüber. So, der hat sich vielleicht Stichpunkte aufgeschrieben oder so. Wirkt halt relativ langweilig in dem Video, muss ich halt ehrlich gesagt auch zugeben. Ich meine, wenn KuchenTV Uncut das live im Stream besser hinkriegt, als du mit Skript, dann solltest du dir auf jeden Fall ein paar Gedanken machen. Irgendwie immer was im Bild, also der Hintergrund bewegt sich, dann animiert sich einfach nur so ein Pfeil oder ein Regenschirm oder ein Sonnenschirm, irgendwas. Ist immer so ein bisschen animiert und einfach gut gemacht. Aber dieses Gesamtpaket... Boah, ich kann jetzt einfach die Hüfte kreisen lassen. ...dass man wieder so im Grunde sagen kann, okay, die Audio, ne, vielleicht ist auch nur mein Geschmack, aber die Audio finde ich nicht so, nicht so überzeugend einfach, dass ich sagen kann, okay, dieses Video ist halt mega krass, aber die Audio ist halt... Ne? Da kann man auf jeden Fall noch sehr viel dran arbeiten, finde ich zumindest persönlich. So rein vom Genuss her und rein von, okay, kann ich mir geben, ist es halt irgendwie nicht so... Also ich sag, dass er ihn bepackt. Also ich hab Raptec, ich hab früher mal ein, zwei Videos, ähm, hab ich mir tatsächlich mal angeguckt gehabt, ähm, von ihm, aber ich bin da halt auch so gar nicht drin irgendwie. Ich weiß nicht, das ist halt auch wieder so ein typischer Meinungsblogger, der halt wirklich nur Meinung macht und, äh, warte, ich muss hier mal den Monitor ein bisschen umstellen, ähm, der halt wirklich nur Meinung macht und so gar keine Witze oder sowas reinbringt, sondern wirklich so komplett, ähm, komplett auf Ernst geht quasi, mehr oder weniger, weißt du? Und das feiere ich persönlich einfach nicht so. Also ich feiere das viel mehr, wenn, wenn Meinungsblogger halt auch noch so ein paar Witze reinbringen oder generell eine geile Persönlichkeit haben. Und das sind so Sachen, die mir bei Raptec zum Beispiel immer gefehlt haben bisher, ne? Deswegen bin ich da tatsächlich gar nicht mal so drin. Also ich weiß halt nur, dass der früher halt die Videos, die kenne ich, aber sonst keine Ahnung, Alter. Also wenn ich den einordnen müsste, würde ich mir auf jeden Fall schwer tun. Also ich könnte keine richtige Einordnung machen, weil ich mich, wie gesagt, nicht genug mit ihm beschäftigt habe. Von dem, was ich weiß, wäre für mich aber so C oder B, weil er hat nichts Besonderes, was ihn auszeichnet einfach, weißt du? Das ist das Problem. Oh, nicht so meine Welt. Er sollte Meldi kommen. Und das kann man auch eigentlich mal sagen. Ich persönlich mag ihn. Er ist ein sehr sympathischer Mensch. Ich habe mal kurz ein bisschen Kontakt mit ihm gehabt. Für mich ist es halt tatsächlich eher ein C als ein B. Von daher gebe ich ihm heute hier ein C. Scheiße. Gehen wir nun auf Simplicissimus ein. Und da kann man halt viel drüber sagen. Und wenn man meinen Kanal irgendwie schon mal verfolgt hat, schon ein bisschen länger verfolgt, dann weiß man, glaube ich, jetzt schon, wo ich einen Simplicissimus einordne. Denn für mich hat sich da nicht viel getan. Also wohl eben hat er drüber gesprochen, über den Simplicissimus-Kanal so ein bisschen auch kritisiert, wo ich auch sehe, okay, da sind vielleicht Fehler. Aber alles in allem ist es ein super, super guter Kanal. Also ich finde sowohl die Thumblings sehr gut. Ja, er ballert aber auch jedes Video komplett durch, außer warum Menschen an Verschwörungstheorien sind. Sehr, sehr angenehm gestaltet. Ich finde die Redeart gut. Ich finde die Videos gut. Die sind immer gut animiert, mit guten Effekten und halt nicht zu überladen, aber auch nicht irgendwie, dass da nichts passiert und sowas. Alles in allem ist es ein sehr, sehr gutes, so rundes Gesamtkonzept, was dir sich da auch... Egal, Digga, den Kommentar klaue ich mir. Sorry, Alter. Ich habe gerade überlegt, den klaue ich mir, Alter. Warum hast du Da Vinci zweimal in der Liste? Checkt er bestimmt gar nicht. Egal. Dankeschön, Bruder. ...gebaut haben die beiden oder mittlerweile halt auch wahrscheinlich Angestellte. Das einzige Ding ist, wenn der Tisch so ausgefahren ist, der wackelt halt mega schnell. Einfach ein sehr, sehr schönes Gesamtkonzept. Also ich kann da wirklich, wirklich nicht viel Negatives bei sagen. Denn so die einzigen Punkte, zum Beispiel das Disney Plus Video war ein bisschen in die Tonne gegriffen, wo man wirklich irgendwie, das Ganze war sehr, sehr weit an den Haaren herbeigezogen. Und ansonsten ist es irgendwie immer so, und klickt auf ein Simplizismus Video, man sieht das, was im Titel steht, man wird mit irgendwelchen Neuigkeiten versorgt, man wird irgendwelchen Infos versorgt, die man vielleicht vorher noch nicht wusste. Da wird sehr, sehr stark ins Detail reingegangen. Das sind einfach Videos, die ich sehr, sehr gerne mag. Also wo man einfach immer wieder was Neues lernt, was man vorher noch nicht wusste. Oder zumindest, wenn man irgendwie das schon mal gehört hat, aber dann ist es verfestigt im Kopf. Natürlich, die sind auch nicht allwissen, machen auch mal Fehler, wie zum Beispiel das neue Video eben. Ich sag dir, komm, es auf jeden Fall. Aber ansonsten ist es... Ja, aber ich muss tatsächlich halt auch zugeben, also ich würde Simplizismus auch ins S-Tier packen. Also ich kann eigentlich nur das wiedergeben, was Maite gesagt hat. Ich gucke die Videos von denen halt wirklich super, super gerne. Ja, wirklich sehr, sehr nice Videos, richtig gute Qualität. Wie er schon sagt, halt das mit Disney Plus war halt so ein bisschen... Ja, Digga, war schwierig auf jeden Fall, ne? Sagen wir es mal so, als ob ich jetzt auch nicht so krass gefeiert. Aber davon abgesehen, machen die wirklich sehr, sehr spannende Videos, ne? Das Coole ist halt auch an dem Kanal einfach, dass die halt nicht so ein Themengebiet haben, sag ich mal, wo die jetzt sich drauf beziehen, sondern die machen ja halt wirklich einfach alles, ne? Ich meine, guck mal, die haben erst was übers Internet in Deutschland gemacht, davor plötzlich was zu Burger King und davor K-Pop und dann Snickers so. Also, Kerlo, wie passt das zusammen halt so, weißt du? Das ist halt, da siehst du halt, jo, die haben einfach Themen, wo die halt Bock drauf haben, für die sie sich interessieren und das machen die einfach, ne? Klar, die haben doch mal den Vorteil auf jeden Fall, dadurch, dass sie bei Funk sind, kann denen halt egal sein, ob die viel oder wenig Klicks machen, wobei das hier auch echt krasse Klickzahlen sind, ne? Also wirklich sehr, sehr gut. Aber das feiere ich halt so, weißt du? So die Abwechslung einfach auf dem Kanal. Ja, und wie gesagt, es ist ja auch alles richtig gut recherchiert, richtig gut umgesetzt. Die, ähm, der Schnitt ist halt sehr, sehr gut, ne? Das ist natürlich jetzt nicht Da Vinci, aber es kommt auf jeden Fall schon nah dran, so, ne? Und deswegen, ich feiere die halt auch. Ja, mit dem Disney Plus, das habe ich mir auch da so gedacht. Also, das war einfach relativ übertrieben. Ich weiß nicht, warum die jetzt zwangsweise da irgendwie auf die Rassismuskeule irgendwie ansprechen mussten, ob das irgendeiner da in Funk vorgegeben hat oder die sich jetzt bei Funk hocharbeiten wollen und da muss man halt einfach so ein Video machen. Ähm, das habe ich auch nicht ganz verstanden. Ja, ich sage mal, gut, ein Video, was halt nicht gut ist, hat, glaube ich, jeder schon mal gemacht, ne? Sehr, sehr runder Kanal. Ich habe die Videos durchgeguckt, dieses, äh, dieses Strichding, das backt einfach mega. Das zeigt bei mir nie das an, was ich wirklich gemacht habe. Ich finde ein sehr, sehr gutes Kanalkonzept, was sich da aufgebaut haben. Ein Video die Woche kann man sich definitiv immer sehr, sehr gut von... Wenn ich dir AfD-Placement kläre mit einer Summe zwischen 50 und 80K, würdest du annehmen? Sofort, Digga. Für 80K würde ich Deutschland in den Dritten Weltkrieg reisen gerne. Dann kann ich ja abhauen, weißt du, dann ist egal, wenn die ja in die Macht kommen, dann gehe ich einfach. Es zu Sympathissimus ist auf jeden Fall passend. Also das wunderschöne Video von Möko gesehen, gucken wir uns das an. Und am Anfang dachte ich mir, so, okay, ist eh ein absoluter Trash-Kanal, da kann ich einfach auf D setzen, ich sage irgendwas, ne? Ich gucke mir nicht mal die Kanäle an, so in der Art. Jetzt wissen wir ja gar nicht, wer es ankommt. Aber nein, tatsächlich ist es doch ein bisschen anders. Also das ist nicht mehr, gut, da bin ich auch nicht überzeugt. Aber ein einziges Video hat mich schon irgendwie unterhalten. Und zwar das Antwortvideo zu Reels, denn Reels hat zu ihm ein Video gemacht, ich habe auch schon mal ein Reels-Video gemacht. Kuscha live? Okay, Katscha live wahrscheinlich. Steht halt ja unten, ne? Unter den ganzen Leuten. Aber es ist eine gute Antwort geworden. Es ist eine wirklich gute Antwort geworden. Über den Schnitt kann man sich da definitiv streiten. Also seien es halt irgendwelche Katscha-Figur oder halt sein Avatar, der sich von links nach rechts bewegt. Ja, made with kein Master, Alter. Also ich kann euch generell sagen, Videos sind immer hochqualitativ. Wenn da auch wirklich noch steht, womit das gemacht worden ist. Was auch mir richtig qualitativ ist, was ich glaube, es gibt sogar noch Videos von mir, wo das tatsächlich halt so ist, sind Werke, wo noch die Fraps-FPS-Anzahl steht. Digga, mach mal alle Löffel rein, wer Fraps kennt noch. Gibt's Fraps noch? Kann man Fraps noch runterladen, Alter? Fraps, bestes Aufnahmeprogramm ever. Fraps Download. Tatsächlich, Alter. Version 3.5.9, aber auch schon von 2018. Also ich glaube, da wird auch nicht mehr dran gearbeitet. Wenn du halt aufgenommen hast, ich weiß gar nicht warum. Ich glaube, wenn du was falsch eingestellt hast, dann stand oben rechts immer oder oben links die FPS-Anzeige. So in gelb mit schwarzer Umrandung. Und bei mir ist die immer so von 59 auf 60 gegangen, weil ich auf 60 gebündelt hab. Ja, da wusstest du, Qualität ist einfach da. Das ist genauso wie wenn in der Mitte von dem Ding steht, made with Movie Maker. Das ist auch wirklich, dann weißt du auch ganz genau, das ist jemand, der sich wirklich einfach krass auskennt. Fraps für PCs, die für OBS so schlecht waren. Bruder, als ich noch Fraps benutzt hab, da gab's noch gar kein OBS. Das waren noch Zeiten, Alter. Das war 2010 oder so. Ja, echt heftig. Stimmt, und die Dateien waren halt irgendwie auch 500 GB groß. Dafür konnte man auch dann nichts mit denen anfangen. Ich hab früher meine Let's Plays mit Fraps mal aufgenommen. Dann hab ich die immer in Camtasia gezogen, hab die da rausgerendert, damit die kleiner sind. Hab dafür auch 80% der Qualität verloren. Aber, ja, Bruder, machst du nix, ne? So war das früher. Kann man sich heute gar nicht vorstellen. Oh, heute lädt man sich einfach OBS runter, läuft auf jedem PC und man kann aufnehmen, so. Ach, ihr werdet diesen ganzen Struggle kennt hier einfach gar nicht mehr vom jungen Internet, ey. Zum Teil irgendwie keine richtigen Effekte da sind, irgendwie keine Übergänge und sowas. Okay, ne? Okay, kann man drüber hinwegsehen, vielleicht gerade so noch. Aber in diesem Video sind die Punkte einfach so gut. Also, er hat einen Reels-Meilungsblock komplett hops genommen und ist halt irgendwie wahrscheinlich genauso alt wie er. Und ich find's einfach witzig, wie man sich irgendwie schnell mal an Leuten täuschen kann. Also, er hat wirklich jeden einzelnen Punkt von Reels-Meilungsblock behandelt, hat jeden einzelnen Punkt komplett hops genommen. Im Endeffekt hat er wahrscheinlich mit einer der besten, also im Vergleich zu dem Reels-Video, die beste Kanalzerstörer gemacht an so einem Reels als Antwort-Video. Also, es sind einfach jeden einzelnen Punkt, wo du von ihm zerstört einfach. Also, Reels kann sich danach löschen. Naja, halt auch irgendwie mit so ein bisschen Humor eingebracht. Ich hab tatsächlich auch schon überlegt, was zu Reels zu machen, weil der mir auch übelst auf den Piss geht, Alter. Von der macht ja auch einfach weiter seine Videos, als wenn nichts gewesen ist, so. Wirklich, dieser Typ triggert mich so hart mit seiner Dummheit und seiner Ignoranz, dass ich echt überlegt hab, einen Kuchen-Talks über den zu machen. Aber klar, der ist halt zwölf, ne? Das ist schon wieder schwierig. Aber ich will ja nicht unbedingt alles liegen, so. Ich würde erstmal nur ein Foto machen, ne? Und dann krieg ich wieder eine Nachricht von den Eltern. Leider musst du ja feststellen, dass sie unseren Sohn gerapet haben. Das war das Ding. Ach, der jetzt nicht meinem Humor entspricht. Aber es wurde zumindest irgendwie alles mal versucht, ne? Und das find ich auf jeden Fall eine sehr, sehr angenehme Entwicklung vielleicht für so einen Kanal. Auch wenn ich halt mit dem Gesamtkonzept vom Kanal nicht so viel anfangen kann, ne? Das war halt ein gutes Video, was er hatte, das neueste Video. Ich habe Discord, aber Simon hat Aufrufe, voll gut eigentlich, ne? Junge, die Klicks bei ihm laufen ja richtig krass. Ja, weil sowas ist das eigentlich immer schade, ne? Weil das ist halt jemand, wenn ich jetzt so... Also ich kenne den tatsächlich gar nicht, aber wenn ich mir jetzt so die Klickzahlen angucke, dann ist es halt wirklich mega gut, ne? Der hat ja das Fünffache von dem, was der als Abonnenten hat teilweise. Und ja, wenn der halt aktiv durchziehen würde mit so zwei Videos in der Woche oder so, glaube ich, würde das tatsächlich halt auch ziemlich gut laufen, ne? Also da kann ich dir auch generell den Tipp geben, manchmal ist weniger Schnitt mehr. Ja, also geh vor die Kamera, dann brauchst du nicht mehr so viel Zeit, dann kannst du das auch während der Schule machen. Und ansonsten habe ich halt bei den anderen Videos, die ich mir angeguckt habe zur Recherche, gedacht, okay, wann endet das Ganze jetzt wieder, ne? Können wir das hier vielleicht ganz kurz beenden? Können wir das Ganze cancelen? Kann das jemand anders vielleicht für mich einsprechen und recherchieren? Das ist einfach nicht meine Welt, ne? Ja, halt sowohl dieses Gatscha-Ding, wo ich keine Ahnung habe, das interessiert mich halt irgendwie auch so gar nicht, aber natürlich auch irgendwie so dieser fehlende Druck in der Stimme generell. Die Stimme ist so ein riesen, riesen Manko an so einem Kanal, weil er eben, glaube ich, einfach hier in so ein Handy-mäßig einspricht. Weißt du das ehrlich? Gatscha-Ding, finde ich, den. Oder halt irgendein Mikrofon von Kopfhörern oder sowas, aber so klingt es halt, es klingt halt sehr, sehr grausig, was halt so einen Kanal extrem in den Hintergrund rückt, so. Dass irgendwie okaye Punkte dir vielleicht bringen, aber halt auch nicht irgendwie konstant auf einem guten Niveau, wo man über Argumente sprechen kann. Es ist halt, ja, es ist... Ja, Bruder, was soll ich sagen? Ich habe nicht nur keinen Ventilator, sondern mich leuchten auch noch zwei Elgato Keylights an. Okay. Was es wäre, man geht, kenne ich mich heute aus. Okay für einen Meinungsblocker. Nicht alles so zusammenzählen, ne? Das heißt, kein Druck in der Stimme hat, dass man die Stimme zum Teil gar nicht versteht. Manchmal ist sie sehr laut, manchmal versteht man gar nichts. Ich wette, er kommt trotzdem A. Keine wirklichen Argumente. Ja, obwohl er hat bei A keinen Platz mehr, er kommt B, Digga. Dann irgendwie alles so ein bisschen wirrwarr und also kam. Ja, aber eigentlich müsste das C sein, nachdem was er sagt. Und dann hat er trotzdem dieses Reels-Video dazu nimmt. Dann würde ich ihn auf jeden Fall hier heute auf ein C stellen. Was ist eure Meinung zur gesamten Tierliste? Sowohl zu den heute als auch zu den genannten, die halt schon überall hier in dieser Tierliste drin sind, könnt ihr mir super gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Ja gut, das war halt das Video. Ja, also die Tierliste, wir können ja selber einfach mal so ein bisschen durchgehen und gucken so. Von wann ist das Video? Von heute tatsächlich. Ja, Baku S. Ja, also nichts gegen Baku. Ich würde ihn aber nicht auf S packen. Also ich gucke seine Videos halt auch sehr, sehr gerne. Der macht aber auch noch nicht so lange aktiv Videos, dass man ihn jetzt so komplett richtig einordnen kann. Weil Kerl, wenn jetzt jedes 20. Video scheiße ist, ich glaube, du hast gar keine 20 Videos so. Ach, war nur nimm, Digga. Mit der, was soll mit der sein? Alter, den wir jetzt alle nackt gesehen haben, ist auch irgendwie vorbei. Ich würde Baku auf A tun, würde ich sagen. So, weil die Videos schon sehr gut recherchiert sind. Man merkt auch, dass er immer mehr Schritte nach vorne macht. Aber ich finde so S irgendwie übertrieben. Das wäre wirklich so, dass das Maximum einfach so nimm. Mehr geht einfach gar nicht. Ja, Simplicissimus würde ich bei S lassen, denke ich. Na klar, die haben auch so ein bisschen ihre Fehler. Aber an sich machen die halt schon sehr geile Videos. Alpha Kevin würde ich auch bei A lassen. Also da bei Alpha Kevin, muss ich auch sagen, ich gucke jedes Video so. Aber ich finde, die wirken manchmal so ein bisschen so auf schnell gemacht irgendwie. Also da fehlt mir so ein bisschen einfach die Tiefe in den Videos. Also ich gucke es mir halt sehr, sehr gerne an. Aber deswegen reicht das halt nicht für Esti. Waspil, gut, da habe ich jetzt tatsächlich erst ein Video gesehen, lustigerweise. Muss aber auch sagen, dass mir das halt gar nicht getaugt hat. Finde ich halt komplett in Ordnung, wenn andere das feiern oder abonnieren. Aber ich weiß ja nicht. Das war ja, wir haben uns ja das Video über Miguel, nicht über Miguel Pablo, wie heißt er denn hier? Fadi Brate angeguckt. Und Kano, er meinte die ganze Zeit, er hat sich ja die ganze Zeit so richtig Dummheit darüber lustig gemacht, aber auch so naheliegend so. Hö, hö, lol, musst du nicht zur Schule. Ja, lustig auf jeden Fall. Deswegen, ich würde ihn tatsächlich auf C packen. Also mir jetzt gar nicht gefallen. Gut, mich selber ordne ich jetzt mal nicht ein. Dude mit Maske. Da gefallen mir manche Themen halt einfach nicht. Der macht ja auch viel so Richtung Mode und so weiter, was ich halt nicht so übertrieben feiere, muss ich sagen. Also ich bin da jetzt nicht so drin, auch wenn ich selber so ein paar wenige Markenklamotten habe. Aber jetzt, dass ich mich so richtig krass damit befasse und die neuesten Sachen im Schrank habe und so, bin ich irgendwie nicht so ganz drin. Ja, ansonsten halt mit der Maske oder dass er immer sein Gesicht verdeckt und dann mit der Audio, da gab es ja schon so oft Probleme, dass sich das komisch angehört hat. Deswegen würde ich ihn sogar deswegen auf B packen. Wenn er dann irgendwann anfängt, sich mal zu zeigen und dann die Tonqualität auch vernünftig ist und der so sein Studium und alles richtig aufgebaut hat, ich glaube, dann geht er auf jeden Fall mehr. Ja, Artikel 5 habe ich tatsächlich auch nicht ein einziges Video gesehen. Ich weiß es nicht, hat mich nie so wirklich gejuckt, deswegen lasse ich den hier mal weg. Just Nero, ja, würde ich auf, boah, Digga, würde ich schon fast zwischen S und A packen. So, also die ganze Zeit habe ich ihn ja auch dafür kritisiert, dass der halt zu langweilig ist. Ich finde aber, dass er so gerade in den letzten Videos auf jeden Fall einen guten Schritt nach vorne gemacht hat irgendwie. Ich weiß nicht, das ist, ich gucke hier gerade mal, er hat ja dieses eine Video gemacht, was mir so gar nicht gefallen hat, was wir auch abgebrochen haben. Das war ja das, wo er diese Haternachrichten vorliest, wo ich sagen muss, ja, Digga, das fühle ich einfach nicht, weil das ja klar war, dass er trollt. So, ich meine, ich mache ja auch Videos über Leute, die vielleicht auch mal so eine Trollnachricht geschrieben haben, aber ich finde daraus halt ein, boah, wie lange geht denn das Video, Alter? Wo ist denn das hier? Das ist das, ne? Nee, warte, hier, da hat ein 15 Minuten Video draus zu machen, wo man nur Trollnachrichten von jemandem vorliest, finde ich ein bisschen too much. Also, wenn der jetzt ganz viele Haternachrichten genommen hätte und dieser Hater hätte so ein 2-Minuten-Part gehabt, wäre das okay gewesen, aber 15 Minuten über einen Troll zu reden, ist halt schon relativ hart, muss ich sagen. Ansonsten finde ich seine Videos aber momentan alle durchweg halt richtig geil. Also, ich weiß nicht, warum, ich finde die nicht mehr so langweilig wie vorher. Das war ja mega oft so, dass wenn die Videos zu lang geworden sind, dass man sich auch dachte, Nero, jetzt ist mal gut. Aber das ist momentan nicht so der Fall. Und ich finde seine Video-Idee noch einfach sehr, sehr cool. Na, sowas wie die 5 heftigste YouTube-Community. Das liegt so auf der Hand, Digga, aber das hätte nicht drauf kommen können. So richtig dumm eigentlich, weißt du? Oder auch die Abrechnung mit C-Max. Gut, über C-Max wollte ich auch was machen. Das kam auch sehr gut an. Das werde ich dann auch nächste Woche mal fertig machen müssen. Deswegen würde ich das Nero, glaube ich, auf S packen. Ja, bei Imp. Jetzt ist er natürlich im Chat. Da kommt natürlich Lösch-Dich-Kuchen-TV2. Aber ihn würde ich auf A packen. Also, mir gefallen die Videos eigentlich gerade relativ gut. Aber die wirken auch manchmal so ein bisschen in die Länge gezogen. Ich weiß nicht, ob du dir auch nur noch Stichpunkte machst oder so. Aber bei einigen Sachen hat man so das Gefühl, weiß ich, dass das so Freestyle-mäßig einfach irgendwie rüberkommt. Ansonsten gefallen mir die Videos aber. Das ist ja auch, wie Maite gesagt hat, die sind ja auch gut geschnitten. Das passt ja alles. Macht nicht zu viel, macht nicht zu wenig. Ist schon ganz nice. Ist halt A, aber eher mit Tendenzen zu S auf jeden Fall. Und ja, genau. Das finde ich halt ganz gut. Ja, genau. Bei den Videos, wo mir das aufgefallen ist, war auf jeden Fall, glaube ich, dieses Hass gegen Frauen oder was das war. Wo, ich glaube, Firefox, die wollten, glaube ich, jede Beleidigung gegen Frauen in Heldinnen ändern oder so. Und dann gab es da so richtig dumme Sachen, die man da raussuchen konnte. Das habe ich auf jeden Fall gefeiert. Aber da hat man es gemerkt, dass es halt vielleicht ein bisschen zu lang gewesen ist. Ja, dann Unholy. Ja, Unholy hat das gleiche Problem, finde ich, wie Maite hier einfach, dass der zu langweilig ist. Er ist einfach keine Unterhaltungskanone. Ich finde tatsächlich so, dieses Format, Meinungsblogger bewerten Meinungsblogger, hält den Kanal, also für mich persönlich so ein bisschen am Laufen, weil ich dieses Format wirklich sehr, sehr feiere und da auch gerne drauf reagiere. Ansonsten macht er, glaube ich, momentan auch gar nicht so viele Videos. Aber ja, ich denke, bei B ist der auf jeden Fall ganz gut aufgehoben. Das ist halt so dieses Ding, was auch Maite hat, die kommen halt nicht so raus. Weißt du, die stehen da so, ja, ich rede jetzt einfach mal so ein bisschen und sagst du meine Meinung so ganz ruhig. Klar, es gibt Leute, die das halt unterhält und die das cool finden. Aber ich finde es besser, wenn du halt so ein bisschen Druck in der Stimme hast, wenn du ein bisschen auch Bock hast, einfach Videos zu machen und wenn man das auch merkt, so weißt du, deswegen, aber ich denke, mit B ist es in Ordnung, weil dafür sind einige Formate ganz cool, beziehungsweise das eine. Der nächste ist Floppy. Ja gut, was soll ich sagen? Also der hat sich hier entschuldigt und so weiter. Die Videos, die er über mich gemacht hat, waren halt trotzdem kacke. Also ich glaube, selbst Imp fand die nicht gut, obwohl die gegen KuchenTV gehen. Ja, ihn würde ich auf D packen. Ich kenne tatsächlich seine anderen Videos nicht, aber diese ganzen Videos, die er da in der Thematik zu mir gemacht hat, das ist ja das, was ich halt kenne, das bewerte ich und das war halt whack. Mal gucken, ich weiß nicht, hat er seinen Kanal gelöscht? Er hat ja gesagt, er löscht seinen Kanal, ich weiß gar nicht. Der nächste ist Buddinger, glaube ich. Da habe ich tatsächlich auch erst dieses eine Video gesehen. Gut, ein Video ist noch ein bisschen weniger, als ich glaube, von Dings kenne ich drei. Aber, ja, Buddinger würde ich auch auf C tun, weil dieses Video, was er über Alpha Kevin und Mighty gemacht hat, mit diesem, über wen haben die denn berichtet? Hier, über Brawl Stars. Digga, wie heißt der denn? Willst du mich verarschen? So viele Brawl Stars kann ja mit einer Million, gibt es doch gar nicht. Wie heißt der denn, Digga? Der sieht aus wie zwölf. Komm, jetzt hau raus. So blonde Haare, nach vorne gesteilt, einfach keine Ahnung, mit dem Interview geführt. Pookie, Digga, ja man Digga, Pookie ist es. Genau, das Video war halt echt unangenehm, also von Buddinger das, weil der halt echt scheiße gelabert hat. Und das ist für mich so ein typischer, kleiner Minusblogger, sage ich mal, der halt einfach die größeren Minusblogger frontet, mit irgendwas, was eigentlich gar keinen Sinn macht. Deswegen würde ich ihn auf C packen, aber aus Fairness, weil ich nur ein Video kenne. Ähm, wer ist das nochmal, Digga? Oh, wie heißt der denn? Cloudtas? Das Cloudtas, ja ne? Habe ich tatsächlich auch erst ein, zwei Videos gesehen. Ich denke mal an CS, der auf jeden Fall ganz gut aufgehoben. Das eine war auf jeden Fall das über Alpha Kevin. Das andere war, glaube ich, das über Reels. Sobald das über Reels war halt ganz gut, aber es hat mich irgendwie nicht bei Laune gehalten, da weiter halt reinzugucken, ne? Schwierig auf jeden Fall. Ja, Da Vinci, ich glaube, da brauchen wir nichts mehr zu sagen. Also, auf dem Kuchen.devo.uncard-Kanal gibt es, glaube ich, insgesamt zehn Stunden Material, wo ich gegen Da Vinci argumentiere. Äh, D, ganz klar. Also, mal gucken, ob er, ich weiß gar nicht, hat er sich schon geändert? Ich meine, das war jetzt, glaube ich, vor einer Woche oder so, wo er das gesagt hat. Wahrscheinlich nicht, wahr? Hast du drei Millionen Kanalpunkte? Digga, helft dich, Alter. Der hier, sehe ich auf jeden Fall im Profilbild, dass er sich gerne auf Anime-Viber einschüttelt. Wer ist das, Digga? Ich kenne den, aber es sagt mir gerade nichts. Deswegen lasse ich den einfach mal weg. Ja, Raptek, ja, ist auf C eigentlich ganz richtig. Da fehlt mir einfach so ein bisschen halt die Persönlichkeit, aber ich will ihn jetzt auch nicht beleidigen, indem ich ihn mit Da Vinci auf eine Stufe stelle. Deswegen ist er bei C halt auf jeden Fall ganz fair dabei. Und, ähm, dass dieser Katscher-Typ nicht ein Video gesehen, den kann ich halt auch überhaupt nicht bewerten, so. Ähm, der nächste ist, ja, Mastak ist bei D richtig, so, das ist, Digga, das ist halt ein Schrottkanal einfach, ne? Also, finde ich, wie gesagt, echt schade. Ich kenne ihn ja im Real Life und da ist er wirklich sehr, ähm, sehr cool drauf. Sehr sympathischer Typ, aber er verkackt es sich halt einfach komplett selber, indem er, ja, zu schnell, zu schlechte Videos einfach raushaut. Der hat sogar letztens auch, ähm, was über mich hochgeladen, ne Reaction. Da hat er, glaub ich, auch so richtig komischen Titel sogar benutzt. Ähm, ja, zum Beispiel hier, wo ich mir auch dachte, Junge, was soll das denn? Mastak reagiert auf KuchenTVs Video gegen Monte, Kevin, Wolter und Co. Digga, das Video geht halt nicht mal ansatzweise gegen Monte. Ich hab über Monte ein Joke gemacht. Ja, das war dieser Joke, mit, ja, wenigstens widerspricht er sich nicht selber bei dem Rate Placement. So, wo ich mir auch so denke, Bro, also, das ist mal so ein Witz, den man da einbaut, wo man vielleicht so ein bisschen oberflächlich kritisiert, okay, aber das heißt doch nicht, dass das Video jetzt gegen Monte ist. und der Name wird natürlich noch als erstes hingeschrieben, weil er halt weiß, dass er da mit Klicks zieht. So was finde ich halt wirklich absolut widerwärtig, mal abgesehen davon, dass ich mit dem Content halt generell nichts anfangen kann. Ja, und Reels müssen wir uns nicht drüber unterhalten, der ist im D-Tier, der kann froh sein, dass er überhaupt in der Tierlist vorkommt. Ähm, genau, ja, das ist halt die Tierlist. Dann bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wie das dann bis zum Ende des Jahres sich noch ändert, ne? Wenn ich da nicht Esstier bin, Alter, dann, äh, dann werde ich ihn sowieso besuchen kommen, dann gehen wir Eis essen oder so. Und dann gehen wir auf jeden Fall.